Oh mein Gott! Yes! Katja ist eine Billionärin! Ich habe ein Palast wie bei Aladin! Oh mein Gott! Ja, ab heute kannst du mich König Claudio nennen! Ich bin König Claudio! Nein? Ähm... Hey Leute! Was geht? Claudio hier mit... Katja! Katja, wir haben heute wieder ein cooles Mobile-Game Und zwar ist das... Es dreht sich alles nur um Geld, Katja! Ja, ich dachte tatsächlich so... Also hier steht so einfach nur ganz groß Tap to play! Ich wollte dann sagen, wir spielen! Tap to play! Das ist nicht der Name! Nein! Und zwar spielen wir heute Money Run! Money Run! Es dreht sich alles nur ums Geld! Du darfst auch beginnen! Ich darf beginnen! Wir müssen heute so viel Geld sammeln, wie wir nur können! Ich darf beginnen! Du darfst beginnen! Ich darf jetzt wieder... Ich darf jetzt Geld! Du musst Geld sammeln! Oh! Wow! Aber ich weiß nicht, wir benutzen... Was machst du denn da? Was mach ich? Oder muss man hier bewegen? Anscheinend schon! Ich habe das gerade... Ich glaube, wir müssen zum ersten Mal mit der Tastatur arbeiten! Bist du jetzt wirklich... Also halt, du bist so... Du kannst anfangen und dann so... Äh, ne! Oh! Ach so! Ah! Okay, man kann nur nach oben! Schau mal! Ah! Okay, guck mal! Cold to go up! Okay! Okay! Ah! Ah! Okay, okay, okay! Ich verstehe es langsam! Mal zwei! Aber ich bin leider immer noch arm! Du bist... Ah! Ja! Okay! Ich mach das! Komm! Du machst das! Au! Hast du einen Ring an? Ja! Oder hast du gerade mit dem Ring auf? Okay! Also ich kann switchen zwischen... Aber ich bin... Ich bin... Okay! Okay! Vielleicht sollen wir nicht so hoch gehen! Ja! Ah! Okay! Sehr gut! Okay! Oh! Oh nein! Oh yeah! Aber? Oh ja! Hi! Sehr gut, Katja! Hi! What? Ich bin aber noch poor! Ich bin aber immer noch poor! Was? Mal neun? Hm? Es... Es ist anscheinend so einfach nur so ein Wort. Mal neun? Wie hast du das denn geschafft? Mal neun? Ja, aber ich bin trotzdem... Aber ich bin trotzdem nicht weit gekommen! Ich bin nicht... Ich bin nicht rich! Ich bin nicht rich! Wir fangen ja auch erst gerade an! Okay! Katja, wofür gibst du gerne Geld aus? Klamotten! Ja? Echt! Es ist aber wirklich ein Problem bei mir! Also das ist immer so... Ich weiß, dass ich nicht mehr... Nicht viel brauche! Ja! Ähm... Aber dann bin ich... Dann befinde ich mich wieder bei so Klamotten-Seiten im Internet! Und dann denke ich mir so... Warum bin ich schon wieder hier? Obwohl ich nichts brauche? Du hast gerade X12! Oh! Mal X12! Oh! Und ich bin... Ich bin wohlhabend! Ui! Ich bin wohlhabend! Ui! Ja, ab heute kannst du mich König Claudio nennen! Ich bin König Claudio! Nein? Ähm... Du bist noch nicht... Du bist einfach nur so ein Boss Claudio! Okay! Starts with! Achso, wir können hier... Guck mal, wir können hier mit... Anderen... Warte ich? Oh, wir starten reicher! Ui! Guck mal, das ist... Oh nein! So... Billionaire! Was? Oh mein Gott! Yes! Katja ist... Eine Billionärin! Jetzt bin ich Königin Katja! Ja, du bist Königin Katja! Und du hast eine eigene Disco! Wow! Okay! 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 Aber okay! Oh! Okay, du gehst feiern! Na gut! Katja... Katja geht erstmal sich auf ihren Reichtum feiern! Schön mit deinen reichen Freunden! Was würdest du machen, Katja, wenn du so viel Geld hättest? Was würde ich mit Geld machen? Ich würde, na klar, spenden! Ja! Also halt, wenn ich wirklich so viel Geld habe! Ja! Und dann an meine Familie! Ja! Also meiner Mutter! Meinen Geschwistern was geben! Das auf jeden Fall, damit wir ein besseres Leben haben! Ja! Und... Und mir selbst auch sehr, sehr viel reisen tatsächlich! Genau! Hört sich sehr, sehr schön an! Und dann so in Aktien investieren! So bang! Also vielleicht ein Haus bang! Und so diese typischen Sachen! So typischen alten Sachen! Ja! So diese... Wo man einfach nur merkt, man ist alt! Du benutzt jetzt meine Taktik! Ja! Echt jetzt? Ja! Nicht Party? For the work! Aber du bist jetzt schon Billionaire! Ich glaube, du kannst nicht höher gehen! Weuuu! Oh! Weuuu! Du hast aber echt... Ich bin Billionaire! Oh! Du hast nicht mehr geschafft als ich! Ich hab ein Palast! Ich hab ein Palast wie bei Aladin! Oh mein Gott! Der ist cool! Ja, dann musst du jetzt gerade glaube ich aussuchen! Entweder X3, X5 oder X4! X3! Du hast es geschafft! Ich bin ein Palast! Ui! Du hast... Du hast... Du bist jetzt... Du bist jetzt jazz'n! Oh! Ja! Ich bin jetzt meine Jasmin! Oh! Ich geh in meinen königlichen Palast! Oh! Du hast jetzt den Prinzen gefunden! Oh! Vorsichtig! Ah! Voll cool! Schon mal! Es geht jetzt weiter nach oben! Cool! Ja, dann warum gehst du ja nach oben? Du hättest gar nicht nach oben müssen! Das war doch gut! Ich weiß es nicht! Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe! Aber ich bin immer noch Billionär davon! Oh mein Gott! Das ist so anstrengend! Oh! Ich bin aber nicht so... Ach Gott! Wow! Aber guck mal! Wow! Also man hat alles, aber man hat einfach nur die Frauen da! Ja! Man hat nur die Frauen da! Was möchte ich haben? Möchte ich party? Ich möchte auch einen Palast haben! Dann los geht's! Oh! Stark! Stark! Ich hab meine... Ich hab auch meine Jasmin getroffen! Ja! Ich hab auch meine Jasmin getroffen! Weißt du was? Wir können jetzt doch einfach nur nicht mit Rich starten! Ja genau! Wir starten jetzt ganz normal! Ganz normal! Mal gucken wie... Also halt wie weit wir kommen! Kommen wir zu einem Billionär oder kommen wir nicht zu einem Billionär? Das ist halt die Frage! Ich glaube nicht! Du glaubst nicht! Aber vielleicht! Du gehst doch nicht in ein Casino! Oh! Oh nein! Gehst du nicht in ein Casino? Was? Oh! Ich bin schlecht, oder? Ein bisschen! Oh nein! Lava! Lava! Der Boden ist Lava! 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 Casino! Nein! Das gibt es nicht, ne? Buck! Ui! Du bist aber... Du bist jetzt pur! Ja, ich bin immer noch arm! Du bist immer noch arm! 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 Ja toll! Ich nehme dezent! Sagen wir es mal so! Dezent! Dezent ist doch auch gut! Ja! Ich habe Geld für ein Auto! Da kommt einfach nur eine Frau und eine Seven und so! Ja! Meine Frau war schon auf mich für ein Haus! Du hast alles im Leben geschafft Schatz! Ja danke! Vielen Dank! Also ich fühle mich auch so! Ich habe ein Auto, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen! So! Ich möchte jetzt eine Frau sein und ich möchte jetzt auch für den Pool starten! Oder was ist das? Hobo? Was ist das? Was bist du denn? Was bist du denn? Was war das denn? Wer warst du denn? Work! Work! Aber nur 200 mehr hat gar nichts gebracht! Hallo! Vorsichtig! Ah! Ah! Huh! Was ist das? Oh du bist rich an die Reihe! Ich bin... What? Guck mal! Ich habe es geschafft! Von poor nach billionaire zu sein! Weißt du was? Ich lasse das nicht auf mir sitzen! Ich probiere das auch! Du probierst es auch? Ja! So! Wir machen... Ich möchte Party! Oh nein! Damit es ein Ballas bricht! Hm! Ich wollte noch einmal nur feiern machen! So Katja! Ich schlappe es jetzt auch! Ich werde... Ja! Also wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du es auch! Auf jeden Fall! Ich schlappe es auch! So! Der Boden ist lava! So! Das habe ich aber noch nicht gehabt! Also... Es ist irgendwie glaube ich nur bei dir! Na cool! Ja cool! Ich weiß nicht, ob du dadurch mehr Geld verlierst! Oh nein! Ne! Du hast es auch geschafft! Du hast es auch zum Buch geschafft! Ich bin immer noch arm! Du bist immer noch arm! Aber guck mal! Vielleicht bist du... Ah! Claudio! Ah Bitcoin! Bitcoin! Ne, aber Savings! Du musstest... Du musst auch ganz oben gehen! Ne, dann bin ich mit mehr! Aber jetzt bist du decent! Du bist einfach dezent! Die ganze Zeit bin ich schon dezent! Ich möchte doch ein Billionär sein! Oh! Ja, da wartet René schon auf mich! Das ist René! Das ist René! Das ist René! Das ist René! Hallo René! Ja, du warts auf mich! Ich würde sagen, beide noch einmal! Beide noch einmal! Ich will es schaffen! Das schaffen wir! Das schaffen wir! Also ich habe es schon geschafft! Mann, ich möchte doch einfach nur ganz viel Geld im Leben! Warum kriege ich das nicht hin? Oder in den Spielen? Du kannst... Du kannst nicht... Nicht... Nicht alles so haben! Nicht alles ist so easy! Ja, das stimmt! Schampolin! Was ist das denn? Oh! Der Spatter! Wir brauchen keine Männer! In unserem Leben! Ja! Nee! Ich habe es schon verstanden! Also ich glaube, die sind schlecht! Also im Spiel... Die bringen irgendwas... Das ist ja schlecht! Ich weiß ja auch nicht warum! Nee! Du musst ja nur Geld ausgeben! Ich muss Geld ausgeben! Genau! Weil du mit ihnen essen gehen musst! Ja! Stimmt! Ich muss! Ins Kino! Ja! Das brauchen wir nicht! Wow! Okay! Aber ich bin nicht... Aber guck mal! Ich bin jetzt dieses Mal nicht... Nur Rich! Nur Rich! Aber guck mal wie das... Oh! Nee! Wir hatten das noch nicht! Das ist reich! Schauen wir das doch im Palast! Das ist cool! Aber ich verstehe nicht warum... Wenn man Billionaire ist... Warum hat man so... Auswahl... So Party zu gehen! So richtig feiern! Warum? So und jetzt... Letzter Versuch! Du schaffst das Claudio! Claudio, du schaffst das! Ja bitte! Du schaffst das Claudio! Einmal Billionär sein! Oh! Du bist aber immer noch... Nein! Ich will Geld sparen! Wir möchten... Wir möchten Geld sparen! Wir brauchen keine Beziehung! Wir brauchen keine Beziehung in diesem Leben! Hier ist eine Mauer! Keine Mauer! Stopp! Okay hier ist was du mit... Möchtest du nach ganz oben? Nein! Möchtest du nach ganz oben! Du bist aber... Schaffst du das? Claudio, schaffst du das? Ja! Ich schaff es! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du bist immer noch Billionär. Oh! Claudio, du schaffst das! Ja! Wir sind beide Billionäre geworden! Endlich, Mike! Wir haben es geschafft! Ja, wir haben es geschafft! Und ich werde in einem Palast mit meiner wunderschönen Jasmin leben! Katja hat es auch geschafft, eine Billionärin zu werden! Katja feiert einfach nur! Ja, Katja feiert einfach nur eine! Ja! Der feiert einfach nur eine! Aber ich fand die App richtig cool! Ja, ich auch! Hat Spaß gemacht! Ich auch! Das hat wirklich viel Spaß gemacht! Ja, generell mag ich so Run-Games! Ja, die Run-Games sind echt schön! Die sind echt cool! Ja, Freunde! Ansonsten würde ich sagen, schreibt gerne in die Kommentare wie weit ihr gekommen seid! Und wie ihr die App fandet! Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal! Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke! Und ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Genau! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!